Herzlich Willkommen meine lieben Damen und Herren, Willkommen zu unserem neuen Fußballspiel, mit Prost Johnson am Ball und los geht's. Zur Orientierung, wir haben noch 6 Spiele, müssen 13 Punkte machen zum Klassenerhalt in der 1. Liga. Ich glaube, das sah bei Schalke damals besser aus. Ich glaube nicht. Ja, okay, mein Gott. Schalke fronten schon wieder aus, oder was? Boah, wie sehr gestärkter. Was ich auch stark finde, ist Jan Regensburg, Alter. Kehl, zwar mega enttäuschend, aber Regensburg, voll stark. Jan. Ja, Viktoria Berlines, wuse dich einfach nur. Ja, wenn du kannst, Thomas, also 21.12.22, ist dann noch ein Termin frei. Ja, ich weiß sogar, ich weiß sogar, es ist ein Dienstag. Nee, das war Thomas, hatte ich gern. Ja, ich glaube, 30 ist zu viel. 30? Nee, das ist zu viel, das ist zu viel. Ja, ich wollte schon sagen, Alter. Ja, also, ich glaube, es ist ein Olympiastadion, oder was? Wenn jetzt noch ein schlechtes Stadion ist. Kann man, glaube ich, schon recht. Ui. Ja, musst du zu machen, Thomas. Wurde nicht gesagt, dass Viktoria eigentlich im Olympiastadion spielt. Sonst gehen sie ja doch nicht. Ja, aber das hat nicht funktioniert. Guter Ball nach draußen. Digga. Die wollen das Stadion erweitern, Digga, und ziehen für das Olympiastadion. Bei denen müssen sie sich mal ein neues Stadion bauen, wenn sie jetzt in die zweite Liga kommen sollten. Genau das habe ich gerade gesagt. Soll die aber mit Hertha zusammenlegen, wenn die zusammen ein neues Stadion bauen. 40.000. Ja, die machen dann dieses Rom-Ding. Also, Glaser und Aas Rom alleine waren für das Stadion. Ja, wer baut denn ein neues Fußballstadion mit einer Bahn, Alter? Naja, das ist ja... Das ist ja kein reines Fußballstadion gewesen. Boah, macht alleine. Ja, ganz schön, bleibt mal im Fallrux hier, ja. Und Beutz! Junge, da ist der Mond. Ballein ab! Ja, Hand! Ja. Ach, nee. Oh, nein. Ich sehe schon, Messi, Digga, habt ihr einen Sprint. Junge, das ist einfach so löchelig. Oh, Lazo. Habe ich nicht kaputt gefragt, ey. Der sieht ein bisschen aus wie Jan mit blauen Haaren. Und sind die 10 Sekunden mit der Kleine auch. Boah, wuselig. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, da ist Platz jetzt. Nächsten. Ja. Die war ein Junior-Junger. Ja, guck mal, wie er angespannt ist. Ja, Teamleistung hier. Was ist los, Daniel? Wir müssen uns gleich pushen, Alter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut, Jan. Gut, Jan. Druck. Ich bin der entscheidend gestörte, damit Sven grätschen konnte, damit du den erobern kannst. Sie holen sich den Ball. Ja, egal, du willst jetzt hier naschen. Ja, es gibt die Einwurfs. Sag ich doch. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf dem Regeln wird. Oh, mach ihn Baller. Was? Sven, Alter. Ich habe eigentlich gerade gar nichts gedruckt. Ich habe keine gedruckt. Da achtet Thomas schon extra drauf, Sven, und du machst den nicht, ey. Ich habe den Torwart extra zugestellt. Der geht nicht rein. Thomas hat einfach das Spiel perfekt gelesen, und Sven, Alter. Ja, eingeleitet, Sven. Ich glaube, manchmal muss man einfach absteigen, um größer zu werden. Ich kotze im Strahl, wir schießen vorne drauf. Hat sich Kaiserslautern damals auch gedacht. Einmal so ein schönes Jahr in Liga 2 zum Sammeln. Und da geht der richtige Abstieg los, Alter. Boah, Huse Liga. Wir machen das Alemann ja auch. Und so. Ah, sollte eigentlich auf Daniel, boah. Ja. Es war ein, dass wir aggressiv sind da vorne. Ah, Junge, Alter. Ja, Jan. Ja, ich wollte eigentlich. Pass auf die Außenbahn. Sag nicht, du musst langstarten. Nein, Sven, da musst du hin. Nein. Ich glaube, Sven hatte den zuletzt berührt, oder? Ich habe nur daneben gecretscht. Nee, nee, nee. Ja, Daniel, eingeleitet. Du willst uns einfach unten sehen, ey. Junge, Alter. Und das wieder können wir nicht mehr für Kinder machen. Ja, Junge, das ist ja eh. Oh, nein. Das ist ja mit dich, aber hat funktioniert. Komm, Müller, lauf. Jetzt müssen Sie aufpassen. Junge, ich warte fünf Jahre, bis die Wiederspiele sind. Ich habe nichts gesehen, habe nichts gesehen. Tunnelblick. Ich war einfach so schnell. Mein Sichtfeld hat sich so verkleinert. Es hat geleckt. Es müllert einfach wieder. Es hat geleckt. Ich würde sagen, eingeleitet, ne? Ja. Ja, definitiv. Aha. Ja. Ja, guck mal, da, eingeleitet. Noll, was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Thomas hat es da aber nochmal schweigen gehabt, ey. Bring es um alles. So, jetzt. Na, komm. Er ist eingeleitet, immer noch. Ah, Sven, schneller. Ins nichts. Eingeleitet. Ne, 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 so geht das hier nicht, ey. Daniel sagt wieder. Angeleitet. Müsste aufhören, so viel einzuleiten. Ja, Thomas hier nur 6,3. Einfach verständlich. Ich habe Hunger da vorne. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Ne, 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 ne. Ja, so ähnlich. Eigentlich, so langsam kannst du das Projekt auch in Smilard einmal im Jahr oder so, wenn du nicht mehr vorkommst mit den Jungs, sondern... Oha. Ja, wann war denn dein letztes Tor, ey? Weiß ich nicht. Nee, nee. Ja, jetzt hier. Ruhig doch fürs Team. Ey, Thomas, nee. Weißt du, da haben wir einmal den Ball. Ne, 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 ich habe den gar nicht berührt. Ja, falsche Körpersprache. Ja, ne, Körpersprache, Alter. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ja, gut, ich meine, der auch kleiner ist, zählt ja nicht. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Boah. Ja, nee, kommt doch an. Kommt doch an. Boah, schön, Thomas, jetzt hier. Er spielt einfach nicht. Da stehen zwei Leute vor ihm. Er zieht einfach ab. Alter. Ja, Thomas, wir uns wirklich hatten, sind. Ja, da hat er zum Ball, zum Ball. Nee, nee. Thomas, hör mal auf, Alter. Thomas deckt sich auch so. Er macht das Unmögliche möglich, aber... Sieht vielversprechend aus. Ja! Ja. Die Neu steht halt bei uns. Junge, Alter. Game-Changer. Ui! So. Sven denkt sich so... Gute Chance für eine Blanke. Hünsela. Ganz schnell weg. Rossi. Hä? Jo! Eingeleitet, Jan. Ja, Jan, einfach mal spielen. Ja, Junge, ich wurde gefault einfach. Ich konnte ja gar nicht spielen. Eingeleitet. Wir haben einfach... Wir haben aber ein Knochen draußen, Alter, und ich spiele aber weiter, ey. Der Knochen war draußen. Hier, hier, hier. Ja, schön. Oh, Gott. Spiel, 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 Spiel. Junge. Ich weiß nicht, wer schlimmer in der Offensive ist. Thomas oder Sven halt einfach... Guck mal, der Coach macht's persönlich. Problem, was macht's. Ja, direktes Duell mit dem Torhüter. Aber du hoffst an den Kiefer, das hat er gut gemacht. Hübschmann. Ui. Ja. Eingeleitet, 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 ja. Ja, Sven, oh, Sven, ey. Jetzt, 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 Jaki, 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 Jaki. Jetzt, 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 jetzt. Er bekommt Hilfe. Thomas, da ist niemand in der Nähe und du rust jetzt, 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 jetzt. Gute Chance, kein Tor. Da muss mal jemand hin. Guck mal, wir haben zwei Schüsse, nur Tor. Könnte jetzt was werden. Einfach mal es nahe halten. Macht er gut. Boah. Mein rechter Stick einfach wieder voll verpackt, ey. Eingeleitet, wieder, ja. Eingeleitet. Jan, wie viele angepasst du schon für den eingeleitet, denke ich? Wie viele Tore hast du schon kassiert, Sven? Fünf. Fünf. Ja, Junge, diesmal lag es halt echt einmal ein Controller, ey. Leider schon. Meine R3-Taste hängt manchmal. Ich glaube, Jan hat mehr eingeleitet, als ich Gegentore bekomme. Das Einzige, was ich tue, ist ableiten und das nur in der Mathe-Klausur halt so. Ja, guter Ball ist, Sven. Eingeleitet. Eingeleitet, Jan. Ne, ne, du. Den schuze ich mir nicht an. Ich hab' nicht mal zugenommen, Junge. Und abgeleitet von Sven. Und abwarten. Hm, Daniel. Oh, Sven, äh, Daniel. Und da ist die zweite Ableitung. Nee, Sven integriert. Obwohl, nein, wir integrieren, ja. Weil wir das Gegenteil von Ableitem tun. Was ist hier los? Oh, Sven, alter. Und Nullpunkte erreicht, Mann. Boah, guter Ball, guter Ball. Oh, die nächste Nullstelle. Oh, die nächste Nullstelle. Weiß er nicht. So, Jungs, den holen wir. Wendepunkt haben wir. Ja, alter. Hochpunkt, Tiefpunkt. Ja, wär'n Tiefpunkt. Ich glaub' wir haben vier Tiefpunkt. Sonst Tiefpunkt haben wir. Ja, alter. Ui. Gut, Jan. Ja, bin ja dran. Ich kämpf' hier. Ja, der passt da. Ja, Jan. Mitte, Mitte. Junge. Mh, eingeleitet. Junge, Mitte, Mitte. Du stehst in der Zeit, Verteidiger, Alter. Wieder abgeleitet. Was du machst, machen. Transe in Thailand, Alter. Sechste Ableitung, weitere Nullstelle gefunden. Ticker. Ja, eingeleitet. Jawohl. Das Krummeln umgegen. Boah, Meite. Jungs, Spielaufbau von hinten. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Der hat wieder eingeleitet, Jan. Spiel ist zum Glück vorbei. Diese Folge damit auch. Wir haben viele Einleitungen gesehen, wenig Ableitungen. Dann viel Danke, dass ihr euch gefallen habt. Bis zur nächsten Folge vollkommen. Kommt da rein und ciao. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Action Jak Unity. Bis zum nächsten Mal.